Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Hallen. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 110 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.600 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017